Bauerhau, die wird geschweißt. Es gibt da eine neue Bartheke, die ausserhalb aufgestellt wird. Ja, und im Hintergrund ist die Anne am Schweissen, aber sie will nicht aufs Videon. So, zweites Teil auch gemacht, das ist, es gibt das Seitenteil der Bar, fast fertig geschweißt. Leider ist da der Drahtvorschub plötzlich stehen geblieben, da bei meiner Schweissanlage. Heute ist der Draht zu Ende und kaufe mal an einem heiligen Sonntag Draht zum Schweissen. Geht nicht darum, es ist jetzt bald halb fünf. Der Bauerhau, sie macht Sonntag. Juhu. Ja. 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 Ja.